Herzlich Willkommen in den Geisterminen bei Heroes of the Storm. Wieder eine neue Map heute. Ich habe es schon mal kurz zusammengefasst. Wir können diese netten Geister-Skelettenschädel-Golem bauen, indem wir uns in Minen wagen und Skelette töten, deren Schädel sammeln und daraus einen mächtigen, bösartigen Skelett-Dämon-Golem zu erschaffen. Bauen, basteln, kneten, was auch immer. Aber auf jeden Fall klingt das sehr interessant und noch eine Menge Spaß. Ja, ja, ja. Und nun hoffe ich, dass die Ladezeit weiter voranschreitet, damit wir endlich ein Spiel starten können. Bam, 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 bam. Die Musik hat auch schon wieder aufgehört. Ah Gott. Sing, 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 sing. Ich sing euch ein Lied über ein Skelett ohne Lied. De, 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 de. Gliedlos ist dieses Skelett ohne Miet los. Fetz. Mietz. Mau, 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 mau. Das ist der Katzen, der Barock-Song. Mau, mau. Na gut, na schön, komm, werd fertig. Los, werd fertig, bitte, Computer. Komm schon, Computer. Mano. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich erzählen soll. Hallo. Es müsste Mittwoch oder Donnerstag sein heute. Oder? Donnerstag, nee, Mittwoch. Donnerstag? Donnerstag. Ja, Donnerstag müsste heute sein. Ja. Bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Was ist denn so passiert bisher? Final Fantasy läuft schon seit ein paar Tagen auf meinem Kanal. Habe auch schon ewig nicht mehr gespielt, leider. Weil Zeitmangel. Und ja. Da hing leid leider gar nicht mehr. Nur noch ein bisschen privat, so langsam nach und nach, so zwischendurch zum Entspannen abends. Ein paar Zombieschädel einschlagen, da ja Indizierung und weg. Leider. Schade. Und ich will nicht riskieren, dass da irgendwie irgendwas Schriftliches mir da auf einmal im Briefkasten steckt und sagt, Böser Mann, dich werden wir jagen, foltern, stückeln, vierteilen und auf dem Marktplatz verbrennen. Oder so. Das muss ja nicht sein. Ein Held ist in den Kampf zurückgekehrt. Wappnet euch, Held. Ich hoffe, dass ihr bereit seid. So. Erhöhet die Reichweite natürlich. Oh, das ist eine kleine Karte, wie sie aussieht. Der Kampf beginnt in zehn Sekunden. So, jetzt wissen wir auch, warum es so lang gedauert hat. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Lass die Schlacht beginnen. Na, was haben wir hier? Ich bin unterwegs. Lauf weiter, ich halte das Dorf. Ah, das hier unten sind wohl die Minen. Meinetwegen. Na? Geh weg, du bedrunkener Panda. Die Minen öffnen sich weit. Die Untoten werden erwachen. Ich zerleg dich. Nein! So, erst nur Schädel. Schau dir, wie euch das gefällt. Und wieder Schädel. Ich verliere keine Zeit. Na, das war so klar. Das hätten wir nicht machen dürfen. Das war so offensichtlich. Okay, Leute. Ich komme auch wieder runter. Oder ich sterbe einfach. Redig flott. Fuck. In vier Leute reingelaufen. Wir hätten zusammen das Ding reichen müssen. Das war mein Fehler. Na toll. Unser Golem 38, gegnerischer Golem viel viel mehr. Doch er ist schwächer als der eurer Feinde. Die Feinde können nicht vor euch beschweren. Und gekämpft. Talent, 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 Talent. Ein ausgezeichneter Feather. Äh. Na fuck. Holt ihn euch. Jawoll. Rache. Vendetta. Oh fuck. Versuchen wir das noch. Ein fucking Golem loswerden. Ich kümmere mich. So, okay. Puh, das war der Golem. Dann 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 dann. Rotz, 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 rotz. Du Scheiße weg. Doch jetzt haben sie da oben noch irgendeinen... Ich bin unterwegs. Jawoll. Jawoll. Mit mir ist nicht zu spaßen. Nein. Dieser Scheißzwerg. Wie eine endgültige Macht. Wir sollten dieses... Ja, ich helfe da gleich. Beziehungsweise ich helfe erst mal hier oben den Rückschlag. Leute, Leute. Ihr seid nicht so... Fit. Nein, ich bin in dieser Runde auch nicht sonderlich... ...der Bringer, würde ich jetzt mal behaupten. Das Glück ist mit den Gerechten. Der Tod schlägt sich in den Nien. Weht mir der donklener Trotz. So, Rainer, holen wir uns die Schädel und... ...holen uns nen fucking Killer Golem. Ich werde einer mit dem Gerechten gehen. Wir werden mit dem Gerechten drücken. Wir werden... ...her gehen. Wir werden... ...hören. Wir werden mit dem Gerechten fliegen. Die Gerechte nach unten gehen. Wir werden mit dem Gerechten zu gehen. Sehr gut. Wir werden mit dem Gerechten zurückgehen. Nein. Scheiß Teamwork. Die Gegner haben schon wieder viel mehr Schäle als wir. Oh, aber meine Leute rocken sie weg. Sehr gut. Sprengt die Fesseln und zerstört eure Feinde. Ja, viel stärkeren. Ich bin unterwegs. Oh, scheiße. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Es ist mir scheinbar. Macht das Ding kaputt Ey, krass Die sind verdammt organisiert Viel besser als wir Ja, vor allen Dingen gibt es immer einen, der da unten alleine rumrennt Anstatt so richtig teammäßig hier vorzustören Ja, haut den einen weg, der fast tot ist, genau Richtig, genau so Ja, haut den weg